runter in den keller alles voller grabsteine hier oh mein gott da oben kommt alles schon unter hallo liebe leute und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen video heute befinde ich mich bei einem verlassenen schloss aus alten zeiten in einem kleinen waldstückchen zwischen zwei dörfern was genau uns dort erwartet werden wir jetzt gemeinsam entdecken so Musik 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 Ja auf jeden Fall Mega viele Gebäude hier Und einige verwinkelte Räume Hier oben kommt schon ein bisschen Die Decke runter Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen Oh ja hier kann man schon ein bisschen In den Dachstuhl hineinschauen Hier ein alter Stromkasten Hier ist auf jeden Fall schon alles Ziemlich eingestürzt Wir werden nur mal einen kurzen Blick In das alte Badezimmer Werfen Ja auf jeden Fall Sehr gefährlich sich hier drin aufzuhalten Deswegen werde ich dieses Gebäude Auch schnell wieder verlassen müssen Ihr seht ja hier oben kommt schon alles Da oben kommt alles schon runter Liegt alles schon hier unten auf dem Boden verstreut Und ja Hier ist auch schon eine Gebäudehälfte runtergestürzt Lässt sich nur noch schwer erahnen Dass das vermutlich mal die Toilette War Ja da sieht man sogar noch einen Toilettensitz So und dann werden wir auf jeden Fall hier wieder rausgehen Weil das ist dann doch ein bisschen zu gefährlich würde ich sagen Aber wir haben ja noch ein paar andere Gebäude hier auf dem Schlossareal Hier werden vermutlich die Heizungsanlagen gestanden haben Das sieht auf jeden Fall sehr skurril aus Aber auf jeden Fall noch einen Schreibtisch gefunden Mit ein paar alten Unterlagen Wo man jetzt nicht mehr so viel drauf sehen kann Bestandsnachweis für Verbrauchsmaterial Und zwar auch noch einen Schreibtisch Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier haben wir noch so eine Art Grillplatz mit einem kleinen Türmchen dazu. Okay, hier oben steht Seniorentreff. Ja, hier sieht es so ein bisschen drin aus, als hätte hier die Dorfjugend so eine Art Clubhouse eröffnet. Hier haben wir noch so ein kleines Küchenöflein, ein kleiner Backofen. Hier geht sogar noch eine Treppe hoch auf diesen Turm. Auch hier oben, sehr skurril, also hier oben ist einfach so eine Art Wohnzimmer. Sehr komisch, sogar mit Teppichboden und Sesseln drin. Ein Kleiderschrank, ein Tisch, ein Schreibtisch. Hier hinter mir auch noch diverser Krempel. Das ist auf jeden Fall skurril, als hätte sich hier jemand so eine Art Wohnhaus zurecht gemacht in Miniaturform. Ja, ich bin jetzt hier den Turm quasi hochgegangen. hier geht die Treppe runter. Na gut, gehen wir mal wieder runter. Hier geht auf jeden Fall sehr viel Krempel rum. Hier geht's. Das war's. So, hier vorne habe ich gerade noch im Vorgarten des Schlosses entdeckt. So eine Art Kellergewölbe, Luftschutzbunker. Hier geht es auf jeden Fall noch deutlich runter in den Keller. Ja, ich hole auf jeden Fall mal die Taschenlampe und dann seht ihr gleich nochmal, wie es hier unten aussieht. So Leute, wie versprochen, werden wir jetzt nochmal einen gemeinsamen Blick bewaffnet mit der Taschenlampe in den Luftschutzkeller oder ähnlichem Wagen. Damit ihr auch mal ein bisschen was seht. Hier haben wir einmal so einen Vorraum. Ja, ist auch ungefähr von einer Höhe, würde ich schätzen, so knapp drei Meter hoch. Hier sieht man, da geht es ein bisschen raus. Und hier hinten geht es nochmal weiter in einen zweiten Raumabschnitt, der auch nochmal richtig gewölbeähnig ist. Erinnert mich gerade ein bisschen an den alten Eisenbahntunnel von 1855, wo ich auch schon war, was ihr auf meinem YouTube-Kanal findet. Schaut einfach mal das Tor zur Hölle und dann werdet ihr das Video finden. So, jetzt geht es wieder raus an das Tageslicht. Ein paar Meter unter der Erde gewesen. Jetzt geht es wieder raus zum schönen Sonnenschein im schönen Frühling. Mit wunderschönem Vogelgezwitscher. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich nochmal die Drohne eine Runde fliegen lassen, um euch nochmal so einen kleinen Überblick aus der Luft zu geben. Und dann könnt ihr nochmal schauen, wie das Ganze von oben aussieht und wie groß das Areal ist. Und dann könnt ihr nochmal die Drohne eine Runde fliegen lassen. Schaut mal Leute, hier haben wir auf jeden Fall Überreste des Grundstückzauns. Hier überall diese alten Zaunpfähle, Zaunpfosten würde ich eher sagen. Und die ziehen sich hier einmal komplett rum. Und wenn ihr mal seht, ich filme jetzt mal in die Richtung, wo das Schloss steht. Man sieht es nicht mal. Es ist so weit da hinten, da hinter den Bäumen ist das Schloss einmal von da nach da rüber. Aber man sieht es einfach nicht, weil das Grundstück einfach so riesig ist. Wahnsinn. Was ein riesiger Raum einfach. Kann ich mir bildlich richtig gut vorstellen, wie edel das mal ausgesehen haben muss. Guckt mal. Heftig Leute, absolut heftig. Und hier haben wir noch so einen Durchblick oder Durchreiche, beziehungsweise in die Wand eingebauter Schrank. Und hier hinter ist absolutes Kriegsgebiet. Wie man sieht, hier ist einfach alles schon runtergekommen, die ganze Decke. Mega heftig, da gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Und hier ist einfach alles schon runtergekommen. Ich habe gerade entdeckt, Leute, hier vorne liegen einfach lauter Grabsteine. Oh mein Gott. Alles voller Grabsteine hier. Ob das Angehörige waren dieses Anwesens? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Boden hier bespickt mit liegenden Grabsteinen, die wahrscheinlich mal aufrecht standen. Und der Verwitterung und Stürmen zum Opfer fielen. So Leute, man hört über mir kreisende Drohne. Das ist aber nicht meine. Aber der Trendsetter in der Urbex-Szene ist ein Kühlschrank. Muss geöffnet werden. Und in diesem Sinne schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Und da ist auf jeden Fall nichts drin, außer ein bisschen Dreck, Laub und Gammel. Okay, Gott sei Dank. Ja, liebe Leute, das war es mit dem Schloss im kleinen Wäldchen. Okay, ich glaube, das war es mit dem Schloss äh.